Ich bin der Adrian, er, und identifiziere mich als Transmann. In welchen Bereichen deines Lebens bist du denn geoutet und in welchen eher nicht? Also ich bin, da ich bei Fluss TV in Freiburg mitarbeite und viel an Schulen gehe und viel Erwachsenenbildung mache, gehe ich sehr selbstverständlich mit dem Thema einfach inzwischen um und mache da gar kein so Drama mehr draus, ob ich mich jetzt oute oder nicht. Allerdings, natürlich entscheide ich schon, also wenn ich jetzt Menschen kennenlerne, wo ich dann schon merke, okay, das ist jetzt vielleicht eine rein berufliche Sache oder man trifft sich halt mal und geht was essen oder was weiß ich, dann sehe ich es jetzt nicht als Notwendigkeit an, mich zu outen, weil ich mir denke so, warum? Also ich bin für die der Adrian und es spielt keinerlei Rolle, was vorher war. Und ja, also ich sage mal, wenn die Person mich jetzt nicht gerade berufsbedingt nackt sehen muss, geht es die nichts an, was mit mir. Also ich frage ja auch nicht eine wildfremde Person, Entschuldigung, wie identifizieren sie sich eigentlich und wie lieben sie, wenn es keine Rolle spielt, ja, für eine Zusammenarbeit. Deswegen oute ich mich relativ selten noch, es sei denn, es ist einfach berufsbedingt notwendig. Ja, wenn ich jetzt einen Vortrag über das Thema halte, dann oute ich mich natürlich. Wenn ich Menschen helfe oder die begleiten möchte auf dem Weg, dann ist es wichtig, dass ich mich oute, sonst weiß keiner warum. Aber beruflich halte ich mich da eher ein bisschen zurück. Einmal Eigenschutz, ganz klar, weil ich nie damit rechnen kann, wie Menschen darauf reagieren, wobei ich bisher immer positive Reaktionen erlebt habe. Wahrscheinlich, weil ich auch recht offen einfach damit umgehe und das so selbstverständlich ansehe. Aber man muss sich auch nicht immer outen. Also ich sage immer so, warum spielt es eine Rolle? Spielt es gerade eine Rolle? Und wenn ja, dann kann ich das tun. Wenn es keine Rolle spielt, dann hat es keinen zu interessieren. Und das sind einfach private, intime Sachen, finde ich, die gehen nicht jedem was an. Und um Geld zu verdienen, muss ich mich nicht outen. Also es kommt immer ganz drauf an, einfach, was es für eine Position ist. Aber gerade im Umfeld, wo ich dann merke, es ist vielleicht eine große Firma und ich bin da doch angreifbar. Und dann halte ich mich schon eher bedeckt. Also weil Sport ist auch so ein Thema. Ich habe mich in meiner Fußballmannschaft geoutet, musste ich, weil ich früher im Frauenfußball gespielt habe. Und dann irgendwann gesagt habe, so, jetzt ist die Karriere beendet. Ich bin jetzt Torwarttrainer. Das heißt, dort wissen die Leute schon Bescheid. Ob alle das tatsächlich wissen, weiß ich nicht. Glaube ich auch nicht. Aber ist okay. Also die, die es wissen, die gehen gut damit um. Und da hat sich nichts geändert. Die, die es nicht wissen, müssen sie auch nicht wissen. So, also alles entspannt. Und ich habe jetzt nichts Negatives bisher erlebt. Aber natürlich ist ein Berufsthema immer ein Punkt, wo man immer überlegen muss, oute ich mich jetzt oder oute ich mich nicht. Also eigentlich. Oh. Ja. 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 Vielen Dank.